hallo hallo wir spielen heute wieder Raft wir haben nämlich einen Livestream letztens gemacht hier von den Raft und hier ist wieder der Hai im Livestream also wer den Livestream nicht gesehen hat rechts oben beim i abchecken habe ich angefangen mit Raft hier im Livestream und wir haben einfach den Hai Detlef genannt nehmen wir hier wieder den das wie heißt das Sparrel ich muss jetzt wieder mal was Wasser nachfüllen hier unten und kann mich hier unter unser Boot draußen ist auch richtig cool genau wir haben unser Boot einfach Titanic genannt oh und da kommt wieder der Hai so wer Raft nicht kennt ist praktisch so ein Spiel man kann so ein Boot aufbauen mehr oder weniger so ein Raft und man muss praktisch am Überleben kämpfen es gibt auch richtige Inseln und alles das ist richtig cool es gibt ein Hai und ich schaue hier das Barrel es gibt ein Hai und der Hai wenn man runter springt will er ihn fressen in der Zwischendurch frisst auch immer ein paar Teile vom Boot deswegen haben wir einen Speer und man muss ihn praktisch weglocken in den Speer jetzt habe ich mir so ein richtig cooles Haus her eingeschaut so was haben wir hier genau und wir haben letztens eine Workbench so crafted wenn ich schon relativ viele äh vorstehen genau dann brauche ich mir schnell noch eine neue chest so ein Schraub brauche ich okay nehme ich hier kurz Schraub raus jetzt habe ich hier eine chest oh oh ein Eventar ist voll das ist nicht gut dann hänge ich hier die chest mal hoch so nehme ich die Kartoffel gebe mal das ganze Essen rein weil Essen muss auch irgendwo hin so und hier muss auch Planken ein bisschen rein so unten gebe ich glaube ich nur Planken und sowas rein ich meine ja so da unten gebe ich das Essen rein so und Nägel habe ich noch ich geh halt behalte das mal im Inventar hier und oh der Hai kommt Böse Hai Böse Detlef Detlef Böse Detlef ist jetzt geh weg bitte so dann so bam und ist wieder repariert jetzt immer schon dass er keine Wand hier mitnehmt also mit ist es wieder mal was links unten seht ihr bei der Lebens- und Essensanzeige muss inzwischen auch immer trinken sonst sterbe ich so bam bam und so bam dann könnte ich eigentlich hier wieder das Fleisch braten nämlich der Hai schon zweimal getötet hier genau wir könnten craften ähm genau das wollten wir craften wir haben Servernetze ist ja eigentlich sehr praktisch könnten wir eigentlich craften könnten wir bed craften ähm oder wie das könnten wir craften na gut wir haben hier schon ähm so ein äh wie heißt das so ein Beats wir könnten trotzdem noch ein großes Beet nehmen ich meine warum nicht genau Behälter sowas genau einmal und sowas können wir nehmen ich weiß jetzt nicht für was ein Eimer hier nötig ist jetzt geht es noch Segel habe ich schon das steht hier oben hier ist gerade ein paar Chests mit guten Loot drin oh die Endchests gleich weg aber wenigstens habe ich die Chests hier okay oh ein Dings ist kaputt mein ähm Plastikhaken mach ich so und bam so hab ich ähm wieder einen neuen Plastikhaken ich könnte eigentlich mit Boot ausbauen was könnte man hier craften eine Steinachst kann man Bäume können wir Bäume auf dem Floh auf so einer Insel äh hier hacken mit der Axt ihr könnt noch einen besseren Reiniger machen genau einen Ofen brauchen wir wo kriegt man einen Ofen 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 wo ist denn der Ofen haben wir denn schon erforscht ist die Frage Ofen 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 ausstattung komischerweise ist gar nichts zum Craften oh oh haben wir den Ofen schon erforscht Ofen 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 bist du schon ne wir brauchen einen Trockenziegel gucken mal Trockenziegel wo sind die Trockenziegel nasse Ziegel zwei Sand zwei Ton haben wir zwei Sand zwei Ton wir haben einen Ton das heißt wir müssen dass hier Eisen schmelzen können wir haben natürlich hier Eisen Metallerz und dafür müssen wir auf der Insel das heißt okay da vorne ist Floh und wir können wenn man so ganz am Bildschirmrand so schaut sieht man das Floh ja so eigentlich hier gibt es hier keine Falltür aber ich könnte hier eigentlich einen zweiten Stock hier drauf bauen und es gibt Möwen die ganze Zeit rumkreisen und wollen das BTS irgendwie aber die sind fast unmöglich hier zum töten so das ist auch gleich fertig dann mache ich es so bam bam ich mache hier mal so ein paar Seiten kann ich ein paar Sammelnetzer hier bauen Sammelnetzer sammeln nämlich automatisch hier äh so ist ein so bam 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 so ein Lenkchen schnell rüber zu dem äh oh oh ich bin runtergeflogen zu dem Flohs hier weil da ist nämlich oh ich bin schon wieder runtergeflogen äh da ist nämlich so ein Chest oben so bam 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 so ich hoffe ich komme da noch hin sollte ich hinkommen ja okay nice wir könnten uns auch ähm einen Wimpel craften weil ein Wimpel da zeigt ihm mal an wo der ähm Wind ist steht ihm nützlich um zu wissen welche Richtung du vorwärts ist ja wenn man mit dem Wind ähm oh ist schon was drin wenn man mit dem Wind äh hier fließt äh hier schwimmt oder so mit dem Flohs geht es natürlich um einige schneller mach ich so bam bam und bam oh jetzt hab ich den Schuh genau wir haben Schuh auch geangelt hier ähm äh ja da kann man auch so Sachen anpflanzen hier das gibt es noch genau was wir brauchen Bolzen wo kriegt man Bolzen keine Schere lol perfekten Bolzen zu schneiden warte mal gibt es Tiere in dem Spiel wie sehr lol okay anscheinend gibt es hier irgendwo Tiere okay jetzt können wir noch erforschen okay Wolle okay komm mal pack pack oh jetzt gerade wieder oh wir sind angekommen oh da ist äh die chest servit oben bam 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 so ja was da ist alles drinnen oh Rezept Frühstückkompott okay okay instant was kann man nicht machen oh man kann es aufhängen 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 hier okay Frühstückkompott man braucht das das sind das ich glaube kann man das craften ich glaube man braucht irgendwie war da nicht so ein Topf oder sowas irgendwo war ein Topf hier war ein Topf genau wenn man den Topf hat ähm kann man anscheinend solche ähm Kompotten und sowas machen ist cool dann hole ich hier direkt wieder Wasser rein also nicht ertrinken ertrinken ähm verdursten so gebe ich ja mal das ich steuere mal wieder die andere Richtung an sonst fahren wir im Kreis das ist nicht gut da vorne ist direkt wieder ne Dings und genau das haben wir gebaut um äh um Inseln hier rauf zu kommen so ich finde hier Haus unser Haus eigentlich relativ gemütlich hier so vorne ist direkt kommt direkt wieder ne chest wir verkaufen auf wir einen Bolzen okay Bolzen Bolzeridino instead erforschen geht jetzt zwar weg aber dafür haben wir hier den Bolzen erforscht okay hier brauchen wir noch ähm genau oh Böse hä nicht gut Böse hat das Böse so operiere ich das hier so so okay da kommt schon relativ viel rein okay hier kommt wieder ne chest bam oh so hier das Holz so und eventuell mache ich heute einen Livestream von Raft also unbedingt einschalten um 19 Uhr geht es los und ich glaube das kriegen wir nicht mehr ne das kriegen wir nicht mehr so wir haben jetzt schon relativ viel essen und so irgendwie kann man noch den herr hier aufhängenden herr äh kopf hier so das ist ein bisschen schwer zum sortieren hier weil es im Tal sehr klein ist so hier habe ich Seile Seile Redenos so und ähm hier habe ich auch noch solche äh wie heißt das Kunststoff oh das war meine Tür ich brauche ich noch oh da vorne ist die Insel okay das ist sehr gut das kann mir schon äh einen Anker craften ein Anchoridino so Anchoridino wo sind sie Anker 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 hier ist ein Wurfanker so bam bam ich kann den Wurfanker craften so jetzt kann ich mal auf die Insel zu und hoffentlich ist dort Ton damit ich die Schmiede oder wie sagt man Schmiede oben weiß ich glaube Schmiede sagt man da wo man das Eisen brennen kann oh so bam oh hab ich nicht erwischt egal so ich hoffe wir steuern hier auf die Insel zu oh bitte bitte nicht vorbei weil ich brauche unbedingt einen Zon für den Ofen da alles sieht aus wie so eine richtige Dschungel und ich trinken so inzelt nachfüllen das Trinken so und hier muss ich ganz jetzt blanken nachlegen wie das nicht aufhört zum Brennen so bam bam und so weil es sieht aus wie so eine richtige Wüsteninsel ne nicht Wüsteninsel sondern richtige Dschungelinsel meine ich so oh hier ist wieder da mein Speer lebt nicht nur so lang der hat wenig Leben auf jeden Fall so ich bin gleich dort ich hoffe ich kann hier hoch das heißt ich gehe ein bisschen weiter rechts damit ich hier hinten andocken kann an der Insel oh oh doch ich glaube die Wellen sind ja gerade ein bisschen zu hoch deswegen kommen wir nicht so schnell voran aber wir haben eh noch ein Paddel also nach dem passt es eh eigentlich kommen wir hier vorbei oh oh ich paddel mal hin ich meine warum nicht egal ich paddel mir immer schnell hin das ist so eine richtige Dschungelinsel das ist cool so paddel ich kurz hier hin bam 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 so dann kriegen wir nämlich den Ton hier so mache ich gleich den Wurf ankommen hier ist ein Chester ist gut so bam bam und hier ein bisschen weiter noch oh ich zu unser Schiff hier kaputt geht hier kann man immer noch nicht hoch das ist ein bisschen dumm so ein bisschen weiter nach hinten und so ein bisschen weiter nach hinten wieder okay das soll passen jetzt okay ein bisschen weiter noch heran hier ich muss das Segel schnell einstellen so ich glaube hier ist eh das Dings hier das ist perfekt das ist perfekt schnell den Anker runterwerfen und er ist unten okay das war das war ein guter Wurf lol ich kann ja kann ich hier hoch bitte das jetzt das sag ich kann auch lol okay das ist einfach perfekt hier hoch zu gehen so hier ist ein Chest hier war wieder ein Frühstück ich glaube ich kann es weghauen weil ich habe das hier schon und ich habe hier eine Axt das ist ich hake mal hier die Bäume Redinos genau bezüge ich den Livestream heute 19 Uhr startet der Livestream dann spiele ich auch wieder Raft dann hacke ich hier das noch schnell bam 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 ich finde Raft ist so ein richtig cooles Spiel da kann man nicht genau Raft geht praktisch schon richtig lang bis man es durchgespielt hat ja so bam alrighty wir könnten eigentlich ist hier noch irgendwo ein Baum Baum Redino ah hier ist noch ein Baum ist hier vorne auch noch ein Baum genau und die Ananas müssen wir auch Ananas ich weiß nicht wie man sagt müssen wir auch mitnehmen hier so bam bam so meine Axt ist auch leider gleich kaputt wir kriegen richtig viel Stuff hier raus vor allem Holz kriegen wir hier raus bam bam und ein Schlag noch so wir haben davor noch ein bisschen Holz hier ich weiß nicht ob es jetzt lohnt dahin zu gehen der eine Baum egal ich bleibe mal hier so bam bam hier gebe ich das Essen rein bam 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 so okay die anderen Nässe Ananas haben wir auf jeden Fall noch nicht drinnen so ich schmeiße mir die Palm Seeds weg ich weiß nicht ob ich es noch brauche ich weiß nicht mal weg hier Palm sammeln so dann kann ich gleich unter die Insel hier gehen da habe ich noch ein bisschen Steine ich glaube ich behalten wir die im Inventar oh böse nein nein nicht wirklich ich kann es wegnehmen oder kann ich es wegnehmen ja ich habe es weggenommen böse Detlef so jetzt kann ich eigentlich hier runter gehen ich hoffe dass ich Detlef kommt ich nehme ein bisschen Sand mit und Ton Redino ich brauche unbedingt Ton au böse Detlef ich brauche eben nicht unbedingt Ton genau hier für nasse Ziegel so bam und bam nicht dass gleich Detlef wieder kommt böse Detlef oh oh kann man anscheinend das nicht hacken egal ich habe Angst dass Detlef gleich kommt wahrscheinlich kommt er gleich oh oh okay böser Detlef lass mir nur kurz ein bisschen Materialien hacken oh oh okay ich brauche ja nur noch ein bisschen kommst du okay kommt gerade nichts das heißt ich kann hacken ganz schnell wenn ich schnell bin oh oh ganz schnell Ton jetzt ist Stein oh oh hier vorne ist Ton okay okay kommt schon wieder das heißt ich muss wieder auftauchen nicht dass du wieder jetzt kommt er jetzt wirklich um eigentlich okay tritt nicht um doch jetzt kommt er oder oder kommt er Detlef okay Detlef oh jetzt kommt er jetzt muss ich instant hoch an Platz oh 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 besser Detlef kann ich hier hinten ne kann ich nicht ha Detlef was machst du jetzt ich lass ihn hier mal ein bisschen weiter wegschwimmen oh er kommt instant wieder das ist nicht gut ich lass ihn hier mal wegschwimmen dass er irgendwie ähm weiter weg geht bitte geh weg hier okay es ist weg schnell 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 jetzt schnell hier ähm Dings hier das den Ton hier schnell hacken oh ist kein Ton wo ist Ton wo ist Ton 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 hier ist Ton zweit Ton und instant hoch weil er account okay ich habe ihn hier kittet zweimal das heißt er geht wieder weg und hier schnell in den nächsten Ton ich mache nämlich den Tod für den äh Dings hier den äh perfekter auf ich muss hier wieder hoch oh öster Detlef okay ich halte mal ein Schlag aus ich gehe mal hoch und schau was die Ausbeute hier ist okay ja relativ viel ist das könnten wir jetzt sicher ähm nassen Ziegen ok können wir ok trennen nassen Ziegen ich gebe sie mal hier hin genau drinnen kann man sich so genau wir brauchen irgendwie trockene Ziegen wie viel brauchen wir ja gut ich glaube wir brauchen sechs oder sowas ich weiß nicht wie viel genau wir brauchen aber egal oh das ist richtig laut hier gerade so dann gehe ich nochmal runter in der Hoffnung dass der Detlef sich kommt und er ist direkt unter mir ok das heißt ich esse hier wieder mal zum Flash und lege hier irgendwie oh das ist laut hier ähm und lege hier eine Beetroot drauf oder so eine so eine Dings so so was ist da oben da ist so um wie so wieder eine Möwe hier so und da vorne ist wieder der Chess und hier ist noch ein Baum weiß war ich den Baum ich glaube nicht ich esse mal ein paar Melonis Melon Redinos aber jetzt sind Melonis da da sind Melonis so ich glaube den Ofen haben wir eigentlich bald so bam genau man kriegt ja auch äh trinken auch mit der Melone hier mehr trinken als essen eigentlich so ich hiel mich hier gerade schon langsam ich hoffe dass ich hier ähm dass hier nicht gleich wieder Dings kommt ok er ist da er ist hier direkt unter mein Boot um den Raft hier ein bisschen sand und sowas so dann gehe ich hier direkt wieder hoch oh oh wo ist Detlef ich sehe nicht so dann mache ich hier gleich wieder so ein äh Ziegel einen Ziegelstein so bam so ich weiß nicht wie viel wir brauchen ich glaube wir brauchen sechs für den Dings für den ähm Ofen aber dafür einen noch zum Erforschen oh wir können das nicht hacken egal wo ist Detlef weiß ich wo Detlef ist beziehungsweise der Herr aber hier ist noch tot und sowas er kommt safe gleich von hinten irgendwo wo ist der Detlef ah da ist er ja oh kommt er ja er kommt er kommt oh 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 es könnte abhören nein 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 wo ist der Detlef Detlef oh oh wo ist er keine Ahnung gerade wo er ist da unten ist okay okay dann schwimmen irgendwie durch die Insel okay okay wo ist er da ist er okay ich lasse ihn kurz wegschwimmen wir könnten eigentlich gleich wieder nächsten ähm okay jetzt schwimmen wir daher das ist nicht gut ich lasse mal irgendwie wegschwimmen dass er irgendwie hier irgendwie ja jetzt kann ich wieder die Zone abbauen dann gehe ich wieder runter und baue Zone Redinos ab wir sollten eigentlich auch irgendwo mit Teilbahn und er kommt schon wieder bis zum Detlef oh ha 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 hast du schon gedacht ne so ich halte eigentlich eh drei Schläge aus das heißt ich könnte eigentlich einmal geschlagen werden von Detlef mach ich hier auch den Sand ab wo bist du Detlef oh oh ist hier kein äh Dings mehr hier ist noch ein bisschen Sand was brauchen wir brauchen zwei Zonen oh aua Böser Detlef bitte geh weg ist hier noch irgendwo Ton hier ist auch Ton ich hoffe dass das Ton ist ja ne ist ein Stein okay ich glaube hier ist auf der Insel kein Stein mehr und Böser Detlef oh bin gerade noch hier hochkommen so dann haben wir jetzt den Ton hier auch so ich würde mal sagen das war's für die Folge Raft äh abonniert mich und lasst Like da für noch eine Folge Raft hier oh ich bin rundherum geflogen und unbedingt für den Livestream heute 19 Uhr ähm den Livestream anschauen wir hier craften wir nachher in den Ofen das sind wahrscheinlich die äh die nassen Zegel hier auch wahrscheinlich schon ähm hier äh getrocknet und ja lasst Like und Abo da und ciao de 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 .